Das erste was man braucht ist, einen YouTube-Kanal. Und den Willen, jeden Bereich seines Lebens an diesem Kanal zu verschwenden, wissend, dass du niemals erfolgreich oder beliebt mit diesem Scheiß wirst. Deine Freunde verschwinden, du verlierst deinen Job, bis du schließlich in einem tiefen Loch aus Klicks und Videos gefangen bist. Ähm, ja. Also, du hast jetzt einen Kanal, mit einem bescheuerten Namen wie... Nerding. Was machst du jetzt? Du brauchst eine originelle Idee. Eine Idee, die die Welt verändern wird, die Krebs heilen wird und den Welthunger stillen wird. Du hast nicht so eine Idee? Kein Problem. YouTube hat viele, sehr, sehr viele Ideen. Und somit quasi unendlich Auswahl. Wenn die Leute sagen, ey, das ist voll geklaut, dann sagst du einfach, nein, nein, es heißt Formatjumper. Es ist somit was komplett Neues. Und alle sind glücklich. Jetzt wo du eine Idee hast, brauchst du ein Skript. In dein Skript kommt rein, was du sagst, was du tust, wie du schneidest und generell, was du einfach bist und wie dein Video wird. Das meiste davon wirfst du einfach weg, weil... Scheiß drauf, sei kreativ, mach irgendwas Gutes. Nimm das Ganze auf. Nimm es nochmal auf. Nimm es nochmal auf, weil du es verkackt hast. Und exportiere die Dateien in ein Ort an deiner Wahl. Jetzt wo du alle Videomaterialien hast, wie du brauchst, kannst du es zum Schnitt übergehen. Hau alles in dieses Safe-Leiste-Dings rein und fang an zu schneiden. Fang am besten einfach mit den Tonspuren an. Das kannst du Take-Rise machen, zum Beispiel... Papyrus griff nach Sansudi, zog ihn aus. Sans Haifin nimmt mir, seine Shorts beginnt runterzuziehen. Doch Papyrus war... Oh Gott, okay, das reicht. Jetzt baust du eine Base-Farbe ein, in meinem Fall meistens weiß. Ich weiß, sehr kreativ. Auf der nächsten Bild-Ebene kannst du Bilder oder Videos oder sowas einblenden. Und ganz oben baue ich immer meine Animationen zusammen. Wenn du das alles gemacht hast und das Video ist fertig, guck es nochmal an und stell fest, was für einen Müll du gerade gemacht hast. Lösch den Scheiß und fang von vorne an. Vielleicht solltest du mal eine eigene Idee machen, du dummen Stück Sch... Bis zum nächsten Mal. Hau habe ich males!